Ja, mit der Vorschau starten wir in der nächsten Folge. Mit unserem kleinen Porsche fahren wir gerade. Ja. Oh nein, hab ich übersprungen, denn das wollte ich gar nicht. Egal, wir fahren trotzdem. Nein. Nein, nein, nein. Das war schlecht. Das war nicht gut. Oder? Der Kontrollpunkt ist unter uns. Ja, neuer Versuch. Ja, es ist gerade scheißheiß draußen. Es hat 34 Grad, deswegen... Deswegen kann ich mich gerade nicht wirklich gut konzentrieren. Porsche Panamera. Porsche 911, flotten Porsche. Alter! Alter, verarsch mich bitte nicht. Der Wagen ist scheiße im Gelände. Alter, der Wagen kommt im Gelände gar nicht voran. Was haben wir eigentlich gerade rum? Kuss? Hm. Nein, hier unten? Der muss relativ lang sein. Nioh, nioh. Oh, ja, das Rennen bin ich sowieso schon mal gefahren. So, weg mit dir. Jetzt sieht's ja gleich besser aus. Nein. Weg mit dir! Alter, du nervst. Nein! Nein! Nein, nein, nein. Scheiße. Wartet mal, ich muss jetzt was gucken. Nein, nicht in den Store. Ich wollte in die Einstellungen. Ja, ich weiß. Ich bin absichtlich auf Offline. Alter, ich will doch nur was gucken. Jetzt kann ich nicht mehr in die Einstellungen. weil ich gerade drin war. Also, das ist so scheiße gemacht bei dem Spiel hier, dass ich jetzt nicht mehr einstellungen kann. Effekt-Lautstärke muss ich noch runterschalten. Mann, bin ich dumm. So, jetzt höre ich mich auf jeden Fall. Ja. Endlich hat das Audio-Problem ganz gelöst. So, jetzt kann ich wieder alle überholen. Alter. Das zieht sich hier. Alter. Jetzt höre ich die Musik auch wieder. Nein, das war schlecht. Oder? Könnte ich jetzt abfahren und das zählt? Ja, das zählt. Fail. Also, das ist ein Fail, ja. Ich muss jetzt drei Positionen einholen in der dritten Runde. Komm. Ah, fünf. Okay. Weg mit dir. Das geht auch für dich. So, die überholen. Oh, wir sind in der letzten Runde. Das ist schlecht. Oh, ich dachte, der letzte Runde schon zu Ende. Oh, ja, ist ja. Ha! Zweiter. Nein! Dritter. Ja, ich war das Ganze jetzt nochmal. Mit unserem Lädel Porsche. Was war es ein Fail? Nein, weiß gefällt mir nicht. Was für eine Farbe haben wir jetzt gerade? Bremslicht! 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 Okay, wir fahren jetzt, wir fahren jetzt noch mal. Nein, nichts, was bringt. Cold burn. Rennen starten. Weil ohne Nitro-Brenner kommen wir hier nicht weit. Nein, 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 das fängt schon wieder so scheiße an. Lass mich in Ruhe. Ja, genau. Genau! Alter! What the fuck? So. Und der nächste. Keiner nach dem Wahnsinn. Ganz lässig. Sprung! Oh man, das war keine gute Idee. Ja, der Sprung war nicht so gut. Ich hatte schon mal ein besseres Idee. Aber die Hunde ist noch. Also, es ist noch nicht verschmissen. Nein, der Face. Drifter, 1300 Meter mit deinem Port. Wir haben ihn gerade erst bekommen. Ja, und auch dich. Wo sind die anderen? Die schlucken wir auch ganz einfach. Nein, ich kann besser beschleunigen. Verdammt nochmal. So, wir sind die ersten. Ist auch mal eine nice Sache, die erste zu sein. Nein, nein. 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 Wir sind noch immer erst, Alter. Was tue ich? Ich war so scheiße. Wir sind noch immer erst. In der dritten Runde. So, und das war jetzt noch das letzte Mal, der Teil, an dem ich so unfähig bin. Wie kann ich, ab jetzt kann ich die Strecke eh halbwegs gut fahren. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. So. Jetzt geht es dann noch einmal um die Kurve. Und zwar hier und dann sind wir im Ziel mit einem Drift. Mit der Handbremse im Ziel. Zwei Minuten 15. So, 34.000 bis zum nächsten Must-Wand da drinnen. 34.000, das geht schnell. Ja, anwenden. Anwenden. So. Da greift was anderes. So, aber jetzt interessiert mich mal was. Wer von welcher waren ich von den Stats her besser? Also, wir vergleichen jetzt den Porsche im Direktvergleich mit dem Lamborghini. Der Lamborghini ist, ja gut, der Lamborghini ist doch noch besser. Außer in der Beschleunigung. Das fehlt auf. Also beschleunigen kann der Porsche viel besser. Aber wenn wir mit dem Porsche eine Zeit lang fahren, könnte der besser werden als der Lamborghini. Naja, fahren wir mal ein paar Rennen, würde ich sagen. Rennen. Sport, Sprint. Ja, egal. Rennen starten. Das bin ich sogar schon mal gefahren. Wird wahrscheinlich sowieso mit dem Lamborghini gewesen sein. Ja. Oh ja, das ist das Rennen, das kenne ich noch. Die Vorschau. Die ist geil. Also ich finde es egal. Und das gleich kommt, das ist in schwarz. Das ist geil. Ich finde es schon hier überhaupt nicht geil. Nee, mit dem Aerial bin ich da schon gefahren. Nicht mit dem Aerial war das. Mit dem Lack, der hier vor uns fährt. Nee, das ist ein PRC. Der Aerial, nicht der andere. So. Und. Sei weiter. Tschüss, Lexus. Den hat mir jetzt die Warner geschickt, halt. Ja. Ich dachte, dass das ein Gegner ist. Es ist schon irgendwie peinlich, einen Zivilisten mit einem Gegner zu verwechseln. Nein, was? Warum muss ich da fahren? Fail. Das Rennen ist scheiße, aber ich bin doch irgendwie nicht gefahren. Das kommt mir nicht so vor. Das kommt mir nicht so vor, nein. Ich glaube, die Rennen sind doch irgendwie ein bisschen wagenspezifisch angepasst. Ja, das glaube ich. So, aber jetzt machen wir uns jeden mal. Beide. Ich glaube, die nächsten. Was für ein Scheißkind war das? Was für ein Scheißkind hat uns ausgeschaltet? Wir waren vorne im Ziel-Sprint gegen den Bugatti. Wir waren vorne. Da kommt so ein kleiner Scheißkind und schießt uns ab. Alter. Puh, muss ich mal beruhigen. Ich bin jetzt gerade so aggro, weil mich das jetzt so aufregt. Okay, unsere Bestzeit liegt bei 1,28. Das müssen wir jetzt unterbieten. Ich bin echt aggro. Ja, ja, kann nicht schauen. Komm. Bein hart abkürzen. Wow. Alter. Das passiert mir schon zum zweiten Mal in der Folge, glaube ich. Oh, das ist ein Zivilist. Nicht drauf reinfragen. Okay, die ersten vier sind weit vorne. Alter, Schwede. Wie kommen die so weit nach vorne? Ich check's nicht. Okay, da muss ich jetzt abbiegen. Merken. Ja, bin abgebogen. Ich glaub's nicht. Oh, man muss aber nicht abbiegen. Man kann, glaub ich, außen auch fahren. Egal. Ich bin... Ja, mach immer fertig. Ich darf nicht abraten, Gegner. Alter. Die ersten vier sind weit vorne. Aber hier kommen sie. Und der Bugatti, gegen den wir den Ziel-Sprint hatten, den überholen wir jetzt mal. Komm, Bugatti. Komm. Komm, mein kleiner Werbung. Komm. Scheiß Bugatti Währung. Größte Scheißkiste. War zwar der schnellste Wagen, hat Bersiode, aber ich mochte ihn nicht. Ich mochte ihn einfach nicht. Ist, glaub ich, auch der schnellste Wagen in dem Spiel hier. Der Bugatti Währung. Was? Da ist denn das Ziel? Warum ist der jetzt einmal so schnell und war vorher nicht so schnell? Fail? Ich war vorher doch viel weiter hinten. Ach, Alter, ich verarsche mich. Aber wie mich die verarschen. Unsere Bestzeit war ja auch viel schneller. Komisch. Aber ein drittes Mal fahre ich das jetzt nicht. Wende! Habt ihr gesehen, wie geil der Wagen gehüpft ist vor der Wende? Oh ja, da kommen die geilen Kurven. Die geilen Kurven. Also muss ich nochmal wenden. Weil die geilen Kurven hier... Oder eine Kurve. Haben wir da so eine... Das ist ja eigentlich eine durchgezockene lange Kurve. Kann man nur sagen. Ich kenne solche Passagen nur zur Auffahrt auf Autobahnen. Also das Terrain hier haben sie total von Huperset abkopiert. Aber total. Das haben sie sowas von abkopiert, die Kurven und dann das, was... Die Straße, die auseinander geht. Das haben sie von Huperset abkopiert. Eventwiederhauen. Ne. Will ich jetzt irgendwie nicht. So, das war jetzt eine bisschen kürzere Folge. Aber trotzdem. Die nächste Folge wird etwas länger. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!